Nachdem Gerüchte behauptet hatten, Christina Luft würde mit dem Tanzen aufhören, räumte diese mit den Spekulationen auf. Let's Dance Christina Luft. Hört sie bei Let's Dance auf? Seit vielen Jahren schon ist Christina Luft, 33, ein fester Bestandteil des Let's Dance Assembles. Auch in diesem Jahr wirbelte sie wieder über das Parkett und ließ sich ganz der Profi, der sie ist, dabei nicht einmal anmerken. Dass sie bei der Profi-Challenge mit einem Bänderriss tanzte. Und obwohl es für sie keinerlei Grund gibt, die Karriere zu beenden, wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte laut, die 33-Jährige würde bei der Show und mit dem Tanzen aufhören. Als Begründung wurde von den Fans immer wieder genannt, dass Christina zu ihrem Verlobten Luca Henni, 28, in die Schweiz gezogen ist, was eine Teilnahme an der in Deutschland stattfindenden Show erschweren würde. Doch will Christina Luft wirklich mit dem Tanzen aufhören? Eine Frage, auf die die Tänzerin eine ganz klare Antwort gefunden hat, die keinerlei Spekulationen mehr zulässt. Let's Dance Christina Luft Welchen Sinn hätte es, aufzuhören? Während eines Kuas in ihrer Instagram-Story, wollte ein Follower von Christina wissen, ob die Gerüchte, sie würde mit dem Tanzen aufhören, wahr sein. Daraufhin antwortete diese entschieden, genau das sind es wie immer. Gerüchte Welchen Sinn hätte es, mit dem Sport aufzuhören, den ich seit 24 Jahren mit Leidenschaft betreibe? Dann fügte sie noch hinzu, dass sie aktuell einfach verletzt sei, aber ganz bald die Schiene schon ausziehen darf. Und um zu verdeutlichen, wie wenig an den Spekulationen dran ist, fügte sie noch das Gif eines kopfschüttelnden Pinguins ein, über dessen Kopf die Worte, that's fake, prangen. Eine eindeutige Antwort, über die sich sowohl Christina als auch ihre Fans freuen dürften. Und um zu verdeutlichen, wie wenig an den Spekulationen dran ist, die sich sowohl die Schiene schon ausziehen, die sich sowohl die Schiene schon ausziehen.